hallo freunde herzlich willkommen zurück bei paradise island jetzt komm jetzt triggere dich endlich meine fresse herr wir sind in den katakumbel und müssen den weg freimachen wie immer moment mal da gar nichts ist dann das will ich mir erst angucken ob hier nichts ist selbstmörderfleisch wir nehmen es mit herr g ohne furcht Wunderbar. Hier ist sonst nix drin. Hier ist sonst nix drin. So, wir müssen noch 89 Meter durch die Scheiße hier. Boah, super. Oh, ne Werkbank. Eine Werkbank. Eine Werkbank. Und Medikit. Was haben wir da? Einen Ausweis? Jo. Barrieren. So, weiter. Gut. Abgraden. Oh. Doh. ich weiß was wir finden können dummer raum hier bleib liegen mein freund bleib liegen ich hab doch direkt gesagt bleibt liegen sind da lang dann gehen wir erst mal hier gucken leicht exotischer streitgoldene Okay. Komm her! Ja 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 ja! Kapums! Hat's gemacht! Was ist denn da runter? Ist hier was zu finden? Nein. Oh! 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 Ah! Ah! discussi... Ah! Ach..." Honestly... So, Energie zu uns nehmen, barrieren, zack zack, abgewählen ist noch nicht, modifizieren auch nicht. Nehmen wir hier gucken. Schwere Dornen Messingsschlager, okay. Langsam kann man aber auch mal nach den Dörr kommen, ja. Ich habe gerade zwei Runden laufen sehen, da unten. Ja, meine Freunde, ich komme jetzt runter. Keine Wange. Uh, kleiner Panager. Hier geht es nicht weiter. Ja. Die Schwerwart, die Schwerwart, aber ich sehe nichts. Ich weiß ja nicht, ich habe es nicht, irgendwie nicht mit der Brüge. Ich traue dir nicht. Ich möchte da so wenig rein, wie es geht. Auch hör mal auf zu brutzeln. Genau die hätte ich nämlich gern. Wir sind durch. Wir sind durch. Nur auf Einladung. Ja. Die gibt es. Oh ja, das ist wirklich ein Schuss, ne? Es war der einzige Weg, um die Infection zu halten. Ja, sie können nicht in, aber wir können nicht weg. Wo ist der Pass? Ich habe keinen Pass. Momentan noch nicht. So don't go toe-to-toe. One bite and you're infected. Before long, you'll be one of them. So rule one is run the fuck away. But what if they get- Augenblick, man. Hmmmm. Do you call it? Rule number two. Those things are all human. When somebody's daughter or wife or girlfriend or brother... You're a bloody evil and you need to kill them. That means aim for the head. No compassion, no hesitation. Rule number three. If you see someone bitten, remember rule number two. When the time comes, you're gonna need to know what to do. So, wie immer als freundlicher Gast erstmal das mitnehmen, was nicht nied und nagelfest ist. Brauchen wir grad nicht. So. Gehen wir jetzt mal... Wonkukukum? What was it? Well, we can't sit in here forever. Everything's going to hell. Cool. Get some rest. So what's the plan? Somebody must have a god damn plan! I guess it is now. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das gleiche Sache, die die Polizei schlussed. Das sind die ganzen Sachen, die sich aus dem Auto entstanden haben. Es geht um sich zu schützend, und es ist alle für sich. 300 Familien. Die Flusses-Muthafakkers in der Stadt. Es ist wie Normen. Normen hat der, dass er die Geschütze von der Ghetto-Barns gibt. Und sie spielen für ihre eigene Team. Und ich denke, es ist jetzt Zeit, wir haben die Sache gemacht. Was sagst du? Ich sagst, dass wir den Mann auf dem Radio finden müssen. Und den Leidenschaften? Wir haben uns geholfen. Bist den Leidenschaften, Mann. Wenn nicht für ihn, wir würden hier nicht so bleiben. Mach den Telefon. Jinn, bist du da? Ja, ich bin da. Warst du etwas zu holen? Wir besuchen es. Komm uns an den Seher Exit zu holen. Warte, warte, was du planst du machen? Wenn wir überleben, müssen wir hier rauskommen. Niemand hier wird uns helfen. Wir müssen uns diejenigen helfen. Wir sind diejenigen, die mögliche. Ich kann nicht helfen, mein Vater, aber ich kann helfen, die anderen. Jinn, hör mal. Die beste Weg zu helfen, ist zu finden den Mann aus dem Radio. Er ist diejenigen, die versteht, was passiert. Wir sind nur hier verraten. Ich bin hier. Ich versuchte, dass ich diesen Leuten das Essen und Medizine bekomme. Und ich werde. Mit oder ohne deine Hilfe. Wir bleiben mit dem Plan, oder ich nehme die Auto und du bist auf dein eigen. Du wirst es nicht ohne uns, Dahl. Du weißt, es ist wahr. Und wenn du uns hier hier ohne Transport, wir werden es nicht ohne. Wir werden es nicht ohne. Wir werden es nicht ohne, wenn wir sie nicht helfen können. Die Frau ist richtig. Das ist nicht ohne. Was wollen wir tun, Jinn? Es ist egal für Sie. Ich möchte alle einschränken. Der Resort, die Kirche, die Polis-Station... Die Möderbeizung bei der Polis-Station? Außer, mich? Wir werden alle einschränken, aber die Polis-Station. Die Arschlöne können sich für sie selber entscheiden. Dann werden wir die Vos-Watze von der Radio. Okay? Ich werde am Teuer Eier irgendwann mal. Auf und weiter. Hm, jetzt habe ich scheinbar ein bisschen getriggert, denn, ähm, in der Polizeiwache waren wir noch. Ich komme jetzt hier noch kurz ein bisschen rum. ... ... ... ... ... Das ist nicht so wichtig was du sagst. Hauptsache ich kann looten. Ja, 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 könnt ihr ja. Ich wollte eigentlich wieder oben, um die letzten noch zu machen. Die letzten Quests, deswegen darf ich hier nicht rum. Macht euch mal keine Sorgen, ich bin schon wieder weg. Vielleicht kann ich dir helfen. Josef! Ich sehe dich nicht für den Kommissar. Ich sehe dich wieder, das Knie zu sagen. Ich sehe dich wieder, das Knie zu sagen. Ja, ich sehe dich wieder, über die Säure. Es ist nicht ein fáciles Weg, aber du kaufst nicht der typen, die sicherlich beschädigt. Interessiert? Ich sehe dich wieder, das Knie. Ich will... Ich suche eigentlich die Merkbank, Leute. Sehr einfach. So, wenn du auf der Merkbank gehen würdest, auf der Merkbank gehen würdest, dann würde ich auf der Merkbank gehen. Wenn ich hier sitzen, warte für Doomsday, dann muss ich sicher, dass ich richtig lubriciert bin. Willst du das machen? Danke. Das sollte mein Wissen für ein bisschen. Na wohl. Wir haben 3000. Holver? Ach da ist das Gewehr. Ich wollte gerade sagen, oder? Zu den Abwasserkanälen. Ich will aber eigentlich zurück, Leute. Ich will doch eigentlich nur nach Hause. Hier ist ja noch eine Bergbank. Kann ich hier noch keine Schnellreise machen? Das ist so scheiße, Mann. Oh. 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 Na gut, wie wir entweder ins alte Gebiet kommen oder dass wir doch hier erst eine Mission machen müssen, bevor wir die Schnellreise hier triggern, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Arrivederci, winke winke und goodbye, euer Dein Aiden Croft.